Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge von Dead by Daylight. Mit dabei, wie halt die übrigen vom letzten Mal, Skowee, Brother, Vortex und Surot. Surot! Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das R ist hartgesprochen, Rot. Kennt ihr? Es gibt so ein uraltes DOS-Spiel, das heißt Rot. Rottenflash. Eider ist noch nicht bereit. Ich bin bereit. Oh, das war ich. Du hast keine Lust mehr, ne? Ich hab Angst. Ja, guck dir den Typen schon an, wie der aussieht mit seiner Brille und seinem schwarzen Haar. Wir sind Schwänzern. Eine Münze. Ja, Fire, ich bin auch eine Frau, du darfst mich auch nicht töten. Dann kann ich dich wenigstens auf E-Mail verkaufen. Ja, natürlich, du darfst alles mit dir machen, nur nicht töten. Wenn er nicht die Nurse spielt, dann nimmt er dich zuerst dran, weil du bist halt die Frau. Das stimmt. Nur weil ich eine Blondine bin, oder was? Ja, weil du Blond bist. Die Blonden sterben immer zuerst. Stimmt leider. Genauso wie die Quotenschwarzen, genau. Deswegen hab ich immer den Quotenschwarzen oder eine Blondine, wenn's geht. Du machst nur das Klischee. Ich hoffe mal, es kommt die Karte dran, die ich... Nee, ich mein... Weil ich hinterlässt dich die Neue von... Manu! Bei Left 4 Dead hatte ich ja auch immer den Schwarzen, entweder Louis oder den Coach. Wir kommen bei Dead by Frustirius, dem Spiel, nachdem sie nach fünf Runden mindestens abgenervt sind, wenn sie immer die selben Karten bekommen. Kinder, ich bin hier bei den Autoreifen. Ich nicht. Oh, oh, es ist Kettensägenmann, 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 ah, ich bin weg. Natürlich geil, wenn man... Natürlich geil, wenn man gerade sein eigenes Blut im Ohr rauschen hört. Alter, du hast gesagt, du kennst mich zuletzt. Doch, bist du nicht tot. Blut im Ohr? Lecker. Und das war die Kettensäge. Alter! Ich sag doch Kettensägen, oder? Ja, tut mir leid, ne, aber... Nein, du hast gesagt, du lässt mich zuletzt. Das ist nicht fair. Ich kenne auch Leute, die einen bei einem Banküberfall verraten haben. Ja, aber ich bin nicht mit dir auf den Banküberfallen gegangen. Echt, Mann? Dann käme es in die Person. Das war Vortex. Ja, tut mir leid, aber, ne? Jetzt werden die Kekse in den Ofen geschoben. Ja, du kriegst keine mehr von mir. Du kannst knicken. Du musst dir wieder Kekse. Ich muss da jemandem helfen. Ich muss da jemandem helfen. Kekse, Sack! Ey, das fand ich aber nicht so schön. Ach, der ist schon geholfen, bot. Boah. Mache ich schon wieder scheiß Apparate kaputt hier? Lalalala. Hast du dir geholfen, ne? Lalalala. Heihe gauche Scheiße renne Du hast deinen Weg gehlt, ich kom JEN dzieci afterwards... warte ich wohnt ihr helfen Hallo Süßer Die sollten doch sowas mit ihrem Gesicht tun. Das sieht nicht sehr gesund aus Ja ja aber dafür muss ich erst mal ein bisschen Geld zusammen kriegen Bisschen Frischfleisch, oder was? Ne, ne, aber... Ich hab noch einen Generator, das ist jetzt ehrlich gesagt. Warte mal kurz ein Foto für Ebay. Oh doch, ich seh grad einen, direkt vor mir. Ja, du hättest da, wo ich grad gehackt gehabt. Ja, ich fand den Haken so schön, deswegen hab ich nicht da abgehört, wo ich da hin wollte, weißt du? Das war der einzige Grund. Weißt du, ihr habt alle gewonnen, weil ich geflogen bin und jetzt werde ich hier ins Erste die ganze Zeit penetrieren. Das ist nicht fair. Ja, fair zu euch und bin rausgegangen. Naja, genau. Dein Internet war fair zu uns, oder was auch immer da abgeschmiert ist. Achja, nicht mein Internet. Ne, das war Internet. Internet war fair zu uns. Was machen dann die anderen Balken eigentlich? Fehlzündung. Fehlzündung ist gut, das ist eigentlich mein Spezialgebiet. Da hast du kurz übern Herz stehen geblieben. Aber die Altbewährte im Schrank verstecken Taktik funktioniert. Hallo. Ach, Mann, oh. Ich hab ja schon gedacht, dass da oben einer ist, aber der Generator war noch nicht an. Deswegen. Nicht schon wieder denselben Haken. Da war ich eben erst. Ich will einen neuen Haken, ich will einen anderen. Der ist hässlich. Der sieht doch schön aus. Nein, der ist doch ganz rot. Der befreit dich ja eigentlich immer. Das finde ich immer nicht so schön. Dann wollen wir mal nachgucken. Der ist klinisch getestet auf extrem viel Rost und Wut fürs Blut. Achso. Achso, Eisen und so. Ja, versteh schon. Das Einzige, was ich echt mal lernen muss, ist, wenn die scheiß Generatoren merken auf diesen Karten. Ich weiß nie, wo die sind. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Oh. Hallo. Hallo. Ich werde sterben. Das ist grausam und Todes. Und ich höre einen Killer. Alter, das ist die Tasterheile. Nein! Ich darf nicht sterben. Ich bin doch zu blond. Fuck. Oh. Ich bin zu blond zum Sterben. Oh die. Nein, Ende. Ich bin als erster gestorben mal wieder. Das hier wird ne sehr schnelle Runde. Wir haben uns alle hier hinrichtet. Das ist ja... Ja, weil der einfach mit der Kettensägel direkt auf dich losgeht, dann bist du One-Head. Das ist, äh... Dafür kann er währenddessen nicht lenken. So. Ich glaub, Brother... Da holt jeden Typen mit dem Lenkrad. Hey, wir haben den ersten Generator, oder? Ihr? Ich glaub, Brother steht die ganze Zeit im Schrank. Ich hab meinen Generator repariert. Achso, du hast einen... Achso, seit wann sind die Generatoren denn in den Schränken? Nein, andere ist schon. Was ist gar nicht, dass ihr die Generatoren jetzt noch nicht in den Schränken gesteckt habt. Da läuft's, äh! Geh rüber! Und da ist der Nächste. Brother, äh, feier dich der Curry in der, äh... Szene hier. So, wo haben wir nen guten Haken für dich? Hey, Brother, da ist ein Killer! Pass auf, der hat dich! Oh, schön, dass der Haken grad frei geworden ist. Ja! Dabei darfst du nicht mehr verwenden. Oh, du kannst ja sagen, den kannst du nicht in die ganze Krise. Ab sein Wissen, oder? Achja... 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 Verdammt, es liegt am Boden. Wasser kriecht um sein Leben. So... So... Sogott ist die Einzige, die jetzt wirklich noch halbwegs gut zurecht ist. Weil lange so weiter mich hat, ist vorbei. Naja, das stimmt wohl. Feuer kriecht zur, äh, Brother, kriecht zur Luke! Wasser stirb endlich, damit die Luke aufgeht! Oh scheiße, ist die bei der Luke? Äh, die Luke geht nicht auf, ich müsste jetzt noch einen Generator schaffen. Achso, ich dachte, die geht auch sobald du, sobald du der Letzte bist. Nein, du musst auch eine bestimmte Anzahl an Generatoren schaffen, das ist das... Ja stimmt, das könnte sich wahrscheinlich einer einfach irgendwo hinverstecken... Guck mal, ich hab dir Versprechen hier versprochen, hier das Letzte zu töten. Ja, toll. Er ist aber noch nicht tot, also darfst du... Jaaa... Irgendwann... Ich muss Hilfe finden. Tja, Brother, mit deinem Arztkopf... Muss Hilfe finden, warte ich! Mit deinem Bergzeugkasten kommst du, glaub ich, nicht weit, oder? Ich guck mal, ob ich mein Handy finde und dann rufe ich mal Notruf an. Ich sprich, glaub ich, gerade zu dir. OAH! What the fuck war das? War das Absicht? Ich bin getan. Sag mal, war das Absicht? Ne, ne, ich hab sie grad wirklich nicht gesehen. Rätst du voll über die armen Frauen rüber? Nein! Ich bin nicht verliegstens zum Brother, dann kann ich ihn sterben. Ich weiß leider nicht mehr, wo der ist. Ich hab mich getarnt. Ähm, er liegt bei den Schweinen. So, jetzt werden die Cookies in den Ofen geschoben. Manno, doch, lass uns nicht zusammen sterben! So, Brother. Schellenstein. Mal gucken, ob er... Äh, Uwe, was kannst du eigentlich noch machen? Mama! Krieg zur Luke! Und einfach steck dich irgendwo und krass wie ein wildes Pokémon! Ein wildes Brother greift an, es setzt Tackle ein. Kein Aufhöl zu kämpfen, das hat eh keinen Sinn. Ach, sag doch sowas nicht. Ich komm ja nicht runter. Ich konnte ja nicht flüchten, oder so. Das sieht wirklich schön aus, du bist Brother. Was ist das? Pink Camouflage? Brother, du schaffst das! Wie glaubt man dich? Wie glaubt man dich? Los, kriech um dein Leben! Ich seh mich nicht mal mehr selber. Er kriegt sich schon ein, hier. Du bist auf jeden Fall gut versteckt, wenn du dich nicht mal mehr selber siehst. Ich seh das schon kommen. Die nächste Einungsschüsse der Aufnahme besteht darin, dass Fire Brother sucht. Und sie so's verrecken nicht findet. Boah, das hatte ich heute aber auch bei einem Online-Spiel. Die ist auch weggekrochen in Sekunden. Und dann hab ich die erst mal gesucht wie so ein Blöder. Ja, also ich lebe mich mal zurück und sagst du mal ein Teil zu meinen Zuschauern, holt euch eine Menge Popcorn und Chips. Ja, Pipi-Pausen gibt's heute nicht. Hm. Ich esse mal so dann mit Pal im Moment. Joah. Das Wasser stirbt in Würde allein. Der stirbt gleich an einem Lacherpfeil irgendwann, wenn der so weiter rumkichert. Ja, höll ich! Äh, ja stimmt, die verblutet ja irgendwann. Gibt's dem Werkzeugkaufen nicht irgendwas? Ja, da gibt's Schrauben und ein bisschen Heißwachs für Maschinen, aber das bin leider nicht ich, der da liegt. Die Frage ist, warum ist das denn noch rot? Es ist irgendwie unfair, dass wenn man als letztes, als letzter liegt, absolut keine Möglichkeit mehr hat, sich irgendwie zu helfen oder so. Sonst vielleicht noch mal ändern. Vor allen Dingen jetzt, weil jetzt gibt's, ich meine, er kann ja keine Luke machen und er kann keinen Generator machen. Er müsste noch einen Generator schaffen, damit ihn überhaupt noch... Aber den kannst du ja nicht machen, wenn du kriegst, oder? Ja. Also hat er eigentlich so oder so verloren, egal was... Er kommt ja nicht mehr hoch. Aua, du bist gerade auf mich draufgetreten. Das glaube ich weniger. Ja, also das war wirklich, aua. Die armen Fingernägel. Passt dich aber gut an der Umgebung an. Hm. Ich glaub dir jetzt über irgendwas in der Hand. Werdes vielleicht ein nicht rotes Oberteil anziehen sollen. Aua, schade. Ich bin in Würde gestorben. Ja, ich hab... Ja, eigentlich nicht. Ich hab das Falsche im Werkzeugkasten. So, jetzt kann Brother sich aber rechnen. Jetzt ist er Killer. Bam, 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 bada. Ah, langsam. Oh man. Jetzt kriegen wir von über auf die Phrase. Juhu. Aber hier, es ist wirklich so... Fire ist so der Curry unter... Echt? Ne, der Gronkh. Der Gronkh unter den Killern. Und geht auch mal so ab. Ja stimmt, ich nehm auch irgendwie die gleiche Figur in den gleichen Killer. Also wenn ich irgendwann mal in einen Horrorfilm in echt gerate oder renne einer mit einer Kettensäger rum, dann weiß ich, das musst du feiern. Das ist feier. Und ich versteck mich im Gras. Ja. Und raust ein bisschen. Genau. Brother versteckt sich da einfach irgendwo in einem Schrank, der da einfach random dann rumsteht. Und der denkt so, what? Und notfalls fällt irgendwo ein Schrank vorm Himmel, weil er vom Flugzeug runtergefallen ist. Vor allem wie laut das war zum Schluss, als im Schrank war es richtig vor der Nase zugeleppert. Hat man gar nicht gehört. Sie atmen da drin total laut, wie so ein asthmakranker Hund, ey. Es heilt halt so, weil das halt alles so total... Aber ich hätte auch einen Perk nehmen können, mit dem ich dich gefunden hätte. Der zeigt nämlich Sterbende Überlebende an, in einem Umkreis von 40 Metern. Sterbende Überlebende. Also Sterbende. Das ist irgendwie so ein halber Widerspruch für sich selber. Achso, ja stimmt. Brother, brother, brother. Ich würde sagen, dass er eben im Gras lag, hat er ein bisschen zu viel geraucht. In white friends. Juhu. Also mich schon mal nicht. Ja, Fire hat gar keine Freunde mehr. Ja, ne doch, Wasser. Aber so halt nur noch. Er ist ja verblutet. Ja, kannst ja der Blut nachschütten. Ja, genau. Einfach so an dem Blutkonzept verhängen, wenn ich erst die nächste dranhänge. Einmal schön durchlaufen, alles durchgespült, ist doch sexy. Muss halt neu starten, dann geht's wieder. Also das will ich sehen, wenn das funktioniert, Glückwunsch. Einfach Blut nachkippen, so. Genau. Habe ich jetzt hier? Hier kommt das Wille. Also ich habe eine bekommen. Ich sehe euch, ich sehe meine Opfer. Boah, ich bin gespannt, was er für ein Killer hat. Wahrscheinlich wieder die Nurse. Wie war der Schnitzel? Ja, Schnitzel! Ah, diese Hose, Alter. Die Hose von Heiden, das geht gar nicht, ey. Warum ist die so hässlich? Wieso haben die eigentlich alle so hässliche Klamotten? Ja, ganz ehrlich, da wo ihr Schritt sitzt, ne? Also die müssten sich die Hose ja eigentlich schon unten reinschieben. Ach, deswegen. Ah. Warte, wer jetzt? Dein Charakter. So, ja. Ist doch egal welche, ob du die nimmst oder die Hose. Die sind beide hässlich. Die hat hier aber voll hergeschmackt. Ich sehe wenigstens auch schon ein richtiges Mann-Swipe. Wir sehen die sowieso alle gleich aus, weil ich auch Flow-Einstellungen habe jetzt. Alle gleich. Same Model. Wollt ihr jetzt alle so pixelige Klumpen bewegen? So alte N64-Spiele. Dead by Daylight in 2D. Weißt du, das heißt jetzt alles von der Seite? Da passt ne Retro-Musik. Ja, genau sowas. So 8-Bild-Musik oder was? Ja. 16 Tonnen. Fünf Stunden später halt die Presse-Vortex. Nein! Meine Beine tun weh. Ich fühle das Blut. Oh Mann. Iiii, Schweine. Widerliches Schlacht. Ja, ja, ja. Dann hat er jetzt den schlechter aus, äh, die Arme. Ich hab was. Ich schwebe über dem Boden. Oh, ich bin wieder hier. Ich schwebe über dem Boden und ich hab Waschmaschinen. Ich hab waschmaschinen. Ich hab waschmaschinen. Ich hab waschmaschinen. Da atmet etwas in mein Ohr. Ja. Ich hab waschmaschinen gefunden. Nice. Das hilft mir doch absolut nichts. Ich hab waschmaschinen. Ich hab waschmaschinen. Ich hab waschmaschinen. Ja. Ich hab waschmaschinen. Kann das sein, dass du die Nurse hast? Mhm. Oder irgendwas anderes, was nix macht. Der hätte auch Michael Meyers. Weil ich jetzt grad schreien gehört. Deswegen frage ich. Ich hab keine Ahnung. Es ist die Nurse. Es ist sowas von die Nurse. Ja. Ja, ich hör sie. Da schreit's auch schon. Da kommt das Bärschweinchen. Da kommt das Bärschweinchen. Da kommt das Bärschweinchen. Da kommt das Greenlea-Pick. Piss dich. Äh. Ich hab grad so schön meinen Generator angerufen. Der wäre fast fertig gewesen. Ja. Aber ich hab dir geholfen. Ich hab mich immer rechtzeitig verdrückt von uns beiden. Gut. Ich bin jetzt auch noch weggekommen. Irgendwie. Oh, da ist der Nächste. Hä? Ich bin draußen. Ich flüchte. Nicht weglaufen. Und meinen Generator kaputt machen. Ich flüchte gerade. Hä? Bist du aus der Map rausgepackt oder was? So viel dazu. Bist du gerade aus der Map rausgefallen oder was ist passiert? Ich bin jetzt draußen. Außerhalb der Map. Mal gucken, ob ich wieder reinkomme. Was? Hast du nicht... Du hast dich durch den Ausgang gepackt? Ja. Wenn du Pech hast, kommst du jetzt nicht mehr rein, ne? Doch. Ich bin wieder dran. Das zeigt mir, dass du wieder rausgekommen bist. Dann warten wir alle da. Jetzt... Steh mir doch nicht im Weg, Junge! Alter! Was ist falsch bei dir? Was ist falsch bei dir? Was ist unglaublich hier? Was ist unglaublich hier? Alter! Das klatscht bei mir ein Paar, sonst steht er mir im Weg. Ja. Hier war niemand. Oh. Oh. Dann gucken wir mal. Oh. Ja toll! Best Logic ever! Hier! Nein! Weiter rechts! Weiter links! Nein! Weiter links! Nein! Warte! Hinter dir! Hinter dir! Vor dir! Nein! Links von dir! Oh verdammt! Oh verdammt! Boah! Junge! Nein! Warum immer ich? Was hab ich dir gezahnt? Weil du die schönsten Haare von uns hast. Deswegen. Oh verdammt! Was ist das? Will ich dich nochmal hauen? Nein! Was willst du? Wenn du nichts willst, dann geh ich jetzt, ja? Nein! Ich hab noch einen Zahnarzttermin! Bitte lass mich! Ja, deswegen runter ich wahrscheinlich gerade ab. Jetzt zieh dir jetzt die Zähne. Da ist der Zahnarzt! Bitte! Da ist der Zahnarzt! Warte! Das ist wichtig! Ich weiß nicht wie sehr Weisheitszähne schmerzt. Da ist der Zahnarzt! Aua nein! Au! Warum? Das war die Spritze. So, ok, gut dann. Das war ne große Spitze. Äh, Spritze. Oh verdammt. Ne große Spritze mit einer großen Spitze. Das war ein bisschen daneben, ne? Oh! Was tut ihr da? Kuscheln! Ah! So, komm mal runter dahein! Das ist nett, danke! Jetzt zum Zahnarzt, ok? Ok, das war dumm, verdammt! Ah! Gerade so die Weiterentwicklung vom Brother, der zieht sich nicht nur an wie ein Mädchen, der kreicht auch rum wie eine. Halt's Maul! Halt's Maul! Das klingt aber sehr männlich! Halt's Maul! Brother ist digitiert! Zu! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wo schieß ich mich jetzt? Da hin! Mal wieder durch den Ausgang und dann wartest du da einfach auf uns! Ich bin auf einen Stein! HALTER! Brother! Boah! Mein Herz! Teleportiert er sich an mir vorbei aus der Wand raus! Irgendwo hinter mich! Warte mal, wer ist das? Ich bin auf einen Stein! Halleluja! Du schon wieder! Ich dachte grad, du hättest mich gesehen! Ne, ich hab dich nicht gesehen! Es gibt's von hinten! Oh Herr, besorg's mir! Alter! Hier! Du stehst mich schon wieder im Weg, Junge! Was ist denn falsch? Ich weiß es nicht! Du, Brudig willst es nicht mit dir kuscheln gerne, aber erst wenn wir hier raus sind! Warte! Wir können immer unsere BHs tauschen! Hey! 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 Komm! Hey! 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 Vortex hat sich freiwillig zu einer Prostata-Untersuchung gemeldet, Nurse Ja, aber die Nurse kam nicht rechtzeitig zu meinem Termin Deinem Termin? Ja Wann vergeben Patienten denn Termine? Ja, dem Termin hat sie mir ja gegeben Das könnten wären, Leute Engel ist ein Dehnbarer Begriff, das wissen wir alle Ja Ja, Theorie schon Wir dehnen einfach die Nurse und schieben sie woanders hin Wir nehmen die Nurse und schieben sie woanders hin Man, ich wäre fast fertig gewesen mit meinem Generator Ich weis wo Luke ist Das ist schön! Das ist wunderschön! Ich warte auf euch! Nein! Brother, ich hab dich doch gern! Ich krieg, du kriegst doch mal Kekse von mir! Ach, Mano! Ich werde nicht immer sterben! Äh, Brother, du musst mich nicht auf deinem Kopf tragen! Ah, hier ist der Ausgang schon auf. Oh nein! Ich weiß, bedanke ich später bei mir. Ach, Mano! So ein... So ein... Jetzt zum Ausgang, das sind alle drei! Welchen Ausgang? Der, der offen ist. Ach, der ist auch offen! Ich hab grad einen aufgemacht, auf jeden Fall. Ich hab auch einen aufgemacht. Haut ab, haut ab! Ihr kommt ewig mehr rechtzeitig zu mir! Ähm... Ich komm mit nach draußen, oder? Ja, genau! Die Witch geht mit raus! Die Witch geht mit raus! Oh, da können wir natürlich nicht durch. Oh! Oh, okay! Danke, später! Ist ne dumme Idee! Ist ne dumme Idee! Danke! Und jetzt weg! Weg! Wo ist der Ausgang? Ja! Ich weiß nur, wo der ist, den ich aufgemacht hab. Und der ist zu weit weg von hier. Der andere ist genau daneben, sozusagen. Die sind... Hörst du das, Sura? Ich bin für dich quer über die Map gelaufen! Das ist nett von dir! Dankeschön! Es lauft quer über die Map zurück! Boah, Alter, erschreck mich nicht so, du Pisser! Entschuldigung, Absicht! Alter, da kommt der Nächste! Alter! Wir hängen alle aufeinander, das ist das Problem! Ja, ich bin am Ausgang, ich warte hier! Da ist einer... Ah ne, das ist nur die Nurse. Sehr langweilig. Ich glaube, der ist schon die Nurse! Leute! Raus! 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 Ran! Digga! Digga! Ran! Ah ja, bist du? Ich bin direkt gleich raus. Oh, okay! Ren einfach raus! Egal wo du bist, renn raus, wenn du kannst! immer auf die arme frau selbstlosigkeit 2536 tapferkeit 641 ist das gut oder schlecht du bist ungelogen mindestens fünfmal mir vorbeigelaufen direkt ich hätte meine klamotten ausziehen können aber ich hatte angst vor dem kittel verbergen ab schlimmsten war definitiv feier also das war eine taktik alter das war das war ein massaker das war das war ein quadra kill war das alle 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 schön umeinander gehängt alle am selben haken also alle an diese vier haken und einfach so dabei stehen ich würde sagen wir verabschieden uns damit für diese folge ja diese aufnahmesession sag ich immer bei mir und dann sehen wir uns beim nächsten mal wenn es wieder heißt töten oder getötet werden auf wiedersehen tschüss tschüss